Willkommen zurück zum 133. Part von Sacred Compagnia am Karajan. Wir müssen mit unserem Charakter hier nach unten. Die Höhlen habe ich hier gemacht, aber hier auf, hier diesen Weg hinauf. Und dann wird uns der Quest irgendwo in diese Richtung dann weisen. Und hier oben gibt es einen Nebenquest, den werde ich allerdings erst aufsuchen, wenn ich das ganze Gebiet aufgedeckt habe. Ok, dann schalte ich das Mikro aus und bis nachher wieder. Der nächste. Welcher Wahnsinn treibt euch denn an? Dank mir für euren schnellen Tod. Ja. 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 Komm gut, komm gut, komm gut! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Das ist... ... Vielen Dank. Vielen Dank. ... Vielen Dank. Vielen Dank. ... ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ......... Das ist euer Ende. Das ist es für mich. Ja. 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 Jetzt gehe ich in dieses Gebiet noch rein. Da ist ein kleiner Drache. Der ist nicht gefährlich. Aber der hinterlässt eine Schuppe und ich muss aufpassen, dass der mir nicht über der Lava abstürzt. Sonst kann ich diese Schuppe nicht auflesen. Also sieht etwas komisch aus, wenn ich dann flüchten werde. Oder flüchten ist hier nicht der richtige Ausdruck. Ich muss einfach wirklich schauen, dass er nicht dem Lava abstürzt hier. Irgendeiner dieser Drachen, ich weiß nicht mehr, ist das der Lindwurm? Ne, der war es nicht. Da war ich auch noch nicht. Aber ich bleibe im Moment hier. Irgendeiner dieser... Ah, hier ist er. Ja. Schuppe eines Drachen. Genau den wollte ich. Aufgabe erhalten. So. Und weiter geht's. Der ist jetzt hier raus. Nah. Aber das ist so. Ich bin noch mal. Okay. Ich bin noch nicht. Der ist noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht da. Das war's für heute. 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 Ich nicht. Das war's für heute. 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 Ende. Das war's für heute. 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 Hälfte der Minotaurn Nicht von hier, was schwatzt mit unserer Anführung, stört uns nicht. Speichern hier. Nicht, dass da was falsch läuft. Vor... Auftrag. Jupp. Mal schauen. Hm. Ich erflehe Deine Hilfe. Rette mich vor diesen brutalen Tieren. Inum Jell Kolowen. Okay. Bist Du toll. Wir sollen diese Ebene verlassen. Die Haut eines Drachen wird in Burg Stenenthal in Gold aufgewogen. Wenn Du sie für Dich willst, dann hast Du Pech gehabt. Denn wir werden die jetzt die Haut bei lebendigem Leider aufsteigen. Na ja, Träume sind schön, gell, kleiner Bundin der Drachentöter. Keine Bange. Und schon ist es aus mit Euch. Und schon ist es aus mit Euch. Und jetzt, wenn ich Begleitung habe. Äh, ne, brauche ich auch. Rein kann ich brauchen... Also. Inum Jell. Diese Schrecklichen Gärne haben mich verschleppt um... Oh, bitte bring mich nach Hause. Ja. Was kann ich Dir übergeben? Einen Schild. Generation hat der Schlag. Magische Resistenz. Ich glaube das ist besser hier. Fertig. Ja, sie muss einfach nur eine gute Deckung haben. Wir haben ja gesehen, diese Trolle. Die Speinen feiern. Deshalb muss ich etwas vorsichtig sein hier. Also das ist der Quest Drachentöter. Drachenschuppe habe ich schon erledigt. Das muss ich jetzt noch zurück bringen. Und zwar hier hin. Es führen beide Quest führen in diese Höhle rein. Entschuldigung. Also, wir sind hier. Dann gehe ich am besten beim Händler vorbei. Genau, beim Händler. Dann rauf ein Feld, im zweiten Feld nach links. Okay. Bis nachher wieder. Bis nachher wieder. Dann rauf ein Feld. Das war's für heute. 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 Jetzt bin ich sie dann los und... Mal hier den Questübergabend. Mal schauen, was ich erhaube. Okay. Elytria, geweihter des Drachen. Du hast es... Also... Also... Wenn ich die Drachenschuppe abgebe, da muss ich... Da muss ich... Er hat ein Sockelgegenstand, er nimmt ein Sockelgegenstand, er nimmt viel Platz weg, aber er nimmt nur... Er braucht... Oder er verbraucht nur einen Sockel... Platz. Ja, im Gegensatz... Ja, im Gegensatz zu den Amuletten und Drachen, die ich hier eingearbeitet habe. Also, dann werde ich jetzt dieses Video beenden und werde mal versuchen, ob ich nicht bei ihm noch was Besseres davon erhalten werde. Hier bei ihm. Also, bis zum nächsten Mal vielleicht wieder. Bis dann. 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 15 5 5 5 6 15 6 6 6